Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu Horizon Forbidden West. Ich bin euer Dante und zusammenzocker. So, ist Stuhl noch nicht so richtig da, wo er hingehört. Ich weiß nicht. Ist jetzt Stuhl noch nicht. Ich mach gerade so ein kleines Setup mit dem Monitor, dass der höher steht, damit es angenehmer ist. Irgendwie, entweder steht der Monitor noch nicht da, wo er hingehört, oder... Irgendwas ist nicht richtig und das gefehlt mir. Und das ist... Naja, egal. Muss euch nicht interessieren. Von daher... Auch wenn ich nicht mehr spielen kann, würde es irgendjemanden anderen dummen geben. Ah, da, 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 ich fahre... Welcher Auftrag ist das da? Ah, ja, das ist da, wo er mich die ganze Zeit hinhaben will. Da will ich aber nicht hin. Hier ist es ins Rebellenlager. Oh. Willst du da nicht? Oh, Freund. Oh, Schnüschuh. Das Vieh habe ich noch nicht gesehen. Weil da kommen wir noch hin. Hä, kommen wir noch hin. Oh, Krieger. So, dann grüße ich erstmal alle Fianer, Alizea, Günther und Henning. Oh, es geht euch allen gut. Das ist ein... Eins, zwei gedrückt. Abschließen eines Fals, auf dem es hier... Helpenbundschieb. Mir sieht scheiße aus. Wettbewerb-Talente müssen cool aussehen. Der Zerstörer, der hört sich schon mal gut an. Er haut rein. Ich nehme den Zerstörer mal. Mal gucken, ob ich mir die Kombi merke. Wenn nicht, ist es auch nicht. Oh, ich halfe noch mehr drauf. Grüße zurück. Dankeschön, Fianer, für die Grüße. Also eher, ne? Von einem Mann, ne? Aber vom Ausrichten und Grüße und... Ja, du weißt, wie ich es meine. Ja, danke. Geht uns gut. Sehr schön. So, Inventar ist egal. Und hier, ich werde uns weinen. Und hier machen wir unsere Lauf. Die wirkt nach da hinten. Sei stolz. Besuch mir, wie in der Steuerung. Und wieder klarkommen. Du, wie meine klinge Strahlen. Wenn du das im Kerl sagst, denkt da was anderes. Du hast hier einen Platz verdient. War die Wildnis, du zu dir fremde? Ob ich mir hier einen Platz hätte? Die habe ich mir noch nicht für euch gemacht. Was gab es heute bei euch zu essen? Ich glaube ich führe das mal wieder ein. Da sind wir geparkt. Irgendwann wird einer schreiben, so ein 3G-Menü oder so, weißt du, das feinste Detail. An dem Tag werde ich eine Stream-Pause einlegen und essen kochen. Ja, komm her mein Dickerchen. Komm her, ich will dich lieb haben. Komm her. Wusstest du wohl? Aufhören nicht zu wehren? Wieso? 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 Jetzt geh ich erstmal stiften. Den will ich lieb haben. Der muss in meinem Team. Jetzt regt dich ab, Digga. Kann ich mir je nicht mehr sehen. So, bei Fianna gab es Kartoffeleintopf mit Cabanossi. Cabanossi habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Du hast noch nie Cabanossi's gegessen? Okay. Das sind so kleine Salamis. Okay. Dann weiß ich mal, was ich meiner Frau mitkriege. Lackerspaghetti. Mit selbstgemachter Soße. Okay. Ich hoffe, der Lack lag nicht zu tief im Magen. Aber ansonsten verstanden. Das hört sich doch gut an. Selbstgemachter Soße. Definierend selbstgemachte Soße. Wollen wir Freunde werden? Wollen wir Freunde werden? Hey. Ganz ruhig T-Shirt. Ganz ruhig. Sei aggressiv, mein Freund. Sei aggro. Sei du selbst. Sei der Donnerkiefer. Oh Scheiße, der geht ja wirklich ab. Ja, 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 ja. Geh genau. Geh in die Richtung. Warte. Ich hab diese Feile. Diese Feile. Wo ist dieses Scheiß drauf? Ich hoffe, ich kann mich da hinlocken. Das wäre so cool. Der Kiefer macht die alle Platz. Ich kann es aktivieren, damit mich das andere nicht nervt. Die ist nämlich nicht irgendwo. Ach, komm schon. Wie ich keinen Schwanz, ey. Okay. Ihr verdammten Arschgeigen. Ich, doch. Oh, ich hab irgendwas getroffen. Komm. Wer ist das? Digga. Komm, Fifi. Ja komm, mein Guter. Wer ist ein Guter? Komm. Komm. Ja, wo hast du das Gefühl, dass die Überbrückung immer weg ist? Ah. Prus. Ja. Die Überbrückung ist perfekt. Wir haben so eine Scheiße. Äh. Du hast ein Schieger. Wie ich nur noch ab jetzt. Ah, ja. Okay. Die ist bloße. Okay. Gut. Er hätte ja auch ein anderes Eingang. Ach, so ein Scheiße. Das wäre hier so cool gewesen. Der Typ geht mir hier jetzt schon voll auf die Knarre. Hm. Guckst du mir grad einen Rücken? Ja. Da waren ja jetzt schon zwei Pfeile drinnen. Wir wissen ja noch nicht mal von wo. Und Fiane, wie war die Arbeit? Ja. Jeder sagt. Diesen Blut. Der tut nur so, weil jeder fest ist. Ups. Oh. Er hat mich gekriegt. Ja. Der tut nicht. Ups. Er hat mich gekriegt. Der tut nicht. Ups. 通otARA. Rолет inviert sein. Ich ´hjucke." Die Glatz第一 war weg! seht mal gut, bist aber für das nächste. woche deine kollegin ist mittlerweile tatsächlich unterstützt die firma ist tatsächlich es ist ja fast nicht zu glauben du blöder donnerkeeper hätte ich auch in meinem team bleiben können dass ich mir einfach nur folgen müssen hätten wir beide viel spaß zusammen haben können aber nein und wie lange hast du schon die kollegin natürlich jetzt gerade so das erste mal ich kann ja gerne weiter nach mir suchen und ein paar wochen das sind Verzugszinsen aber sowas vorhin wird ja nicht mitgeteilt sache mal ja das problem ist die stehen direkt neben mir genau dreht euch um eng kann ich still umbringen bezweiglich das hätte man feiern müssen wie alle ernsthaft ich habe gerade vor deinen augen den typen umgebracht du kriegst das nicht mit das ist eine wahre kameradschaft oder oder das war der der kamerad den keiner mochte investigated aber ich witte es Scheiße wirst du Ich hab da nur hinter ihr die Wespe zerzahlt, mehr nicht, da war viel los, ja da war viel los in den letzten Wochen, das auf jeden Fall, aber es ist doch wenigstens schön zu hören, dass du endlich eine Arbeitskollegin hast, die nicht gleich wieder aufgegeben hat Oh, hab ich hier nie erwischt, von daher sehr schön Wie viele sind denn hier drin? Ja, zwei, drei, fünf, viele Bei einem von deren Augen antöten? Boah, die Kollegin ist umgefallen, na dann wollen wir doch mal gucken, naja, egal, warum war ich nochmal hier? Mit dem richtigen Timing kann ich die Wache am Tor ausschalten Die Wache am Tor? Wie ist schon, tut die Wache Eloy, du hast komische Indus Was gebe ich für eine kühle Brise? Was gebe ich da drinnen, dass du manchmal das mal einfach mal da in die Klappe hältst? Ist keiner mehr? Hört hier keiner mit? Ja, da müssen alle gewesen sein Da müssen alle gewesen sein Ein riesengroßes Ding? Da haben die gerade die gewerkschaftliche Pause Ich fühle zwar so ein bisschen was Nein, jetzt mal einer Boah, wie gemein! Ja, das ist der letzte Schuss Irgendwo in die Richtung zuerst mal sehen Na, hier ist niemand Wirklich nicht Ruf damit ich weiß wo ihr seid Du lässt uns umsonst suchen Du lässt uns umsonst suchen Will ich Wirklich nicht So einfach Noch Geht's nicht Wirklich nicht Wieso 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 Ich Und Ich Der Typ musste ja jetzt mitkommen, ne? Genau, da ist der Feind! Der Stein. Gehen wir in die Richtung. Hier ist nichts. Musstest du dich jetzt umdrehen? Oh scheiße, der hat mich jetzt dabei gesehen? Arsch! Uh, da mache ich doch. Er hat zwar aufgepasst, wird aber besser. Äh, wer noch nicht? Okay. Auch mehr kam nicht angelaufen. Das heißt, die anderen sind entweder weit entfernt oder sie sitzen hinter einer Wand, wo sie nicht durch können. Hm, ja, oder sie ist interessiert's nicht. Gewerkschaftliche Pause. Alles, was in der Zeit passiert, ist uns scheißegal. Ja, die sind meine Kollegin, die die Telefonzentrale schon kennt. Ja, ja. Die weiß wenigstens, wie es dann läuft, ne? Hätte ich hier nicht schwimmen gewesen? Oh, ich hoffe, dass er mich verlässt. Wo kamen die jetzt her? Dich erwarten schreckliche Qualen. Ja, ja, schreckliche Qualen werden mich er... äh, erdulden, äh, leiden und wie auch immer. Diese Lernversprechungen von mir. Willst du dich jetzt bitte mal bewegen? Willst du dich nicht bewegen? Willst du dich nicht bewegen? Geil. Das war jetzt voreilig. Geil. Ach so, die ist taub. Ach so, die ist taub. Ach so, die ist taub.